Hallo Kinder! Heute basteln wir so eine coole Stiftebox. Einfach aus einem Origami-Papier. Ist echt einfach. Und wir fangen direkt mal an. Alles was ihr dafür braucht, ist euer Origami-Papier. Da habt ihr auch wieder ganz viele verschiedene Farben, also jeder einzelne. Und wichtig ist für den Anfang, es ist auf der einen Seite weiß, also einfach nur weiß und auf der anderen Seite mit der Farbe. Wir haben jetzt extra braun genommen, damit für euch die schönen Farben übrig bleiben. Und wir beginnen damit, dass wir auf der Seite, die bunte Seite, schaut zu euch, die Seiten so aufeinander legen, festdrücken und wieder aufhalten. Wichtig ist, dass ihr alles gut festdrückt bei den Kanten, damit es gut hält. Und dann drehen wir es einmal so, dass es dann so ist und die andere Seite auch. Schön die Kanten und Ecken aufeinander und wieder gut festdrücken. Dann habt ihr den ersten Schritt. Dann dreht ihr das Papier um, dass die weiße Seite zu euch zeigt. Und jetzt macht ihr Ecke zu Ecke. Und hier auch wieder gut festdrücken. Und dann noch mit der anderen Seite. Hier seht ihr, habe ich es nicht ordentlich gemacht. Dann legt ihr das Papier wieder so vor euch hin. Und jetzt müsst ihr es so machen, dass ihr diese Linien, die so zu euch hoch zeigen, so aufeinander legt. Also das müsst ihr alles so ineinander falten, dass ihr dann ein Dreieck habt. Ich zeige es euch nochmal. Das ist dann quasi so. Ihr nehmt, wenn es so da liegt, einfach an den Seiten zusammendrücken. Und zu einem Dreieck. Hier auch wieder alles gut. Und jetzt legt ihr es so für euch hin, faltet die Ecke hier unten an die Kante. So, und dann wieder auf. Und dann habt ihr hier oben nämlich einen Punkt. Den könnt ihr erkennen, den könnt ihr euch auch markieren. Hier seht ihr jetzt einen weißen Punkt. Und dahin faltet ihr jetzt die untere linke Ecke. Also einmal so. Wieder schön festdrücken. Und wieder auf. Und jetzt habt ihr hier auch wieder einen neuen Punkt und den markiert ihr euch auch. So, und daran macht ihr die untere rechte Ecke. So, und jetzt, wenn ihr euch das mal anschaut, könnt ihr hier nämlich die Ecken so auseinander machen. Und dann nehmt ihr eine Ecke, also dass hier noch eine liegt und ihr hier eine in der Hand habt, faltet die dorthin. Und die andere Ecke, wo ihr auch teilen könnt, nehmt ihr auch. Und jetzt kommt's, jetzt steckt ihr das hier in diese Öffnung rein. So, dann ist das versteckt. Das müsst ihr jetzt alles ein bisschen richten, dass das ordentlich ist. Und das gleiche macht ihr jetzt auch auf der anderen Seite. Einmal umdrehen. Und dann hier. Und die untere rechte Ecke wieder in die Tasche von der linken Ecke. Und dann sieht's so ein bisschen aus wie eine Pommes-Tüte. Alles gut nochmal nachdrücken. So, und die Ecke hier oben knickt ihr einfach auf eine Seite. So, und jetzt kommt der Schritt, dass es eine Box wird. Ihr nehmt es von oben. Und dann könnt ihr das hier so aufmachen. Und drückt da dann einfach vorsichtig rein. Und dann ist eure Box auch schon fertig. Und dann könnt ihr eure Stifte haltern. Das könnt ihr jetzt überall noch ein bisschen runterdrücken, dass es auch gut hält. Und wenn ihr dann eure Stifte rein tut, bleibt es gut stehen. Genau, viel Spaß! Tschüss! BES BES Untertitelung des ZDF, 2020